genau noch eine frage an euch treibt ihr sport wenn ja inwiefern macht der ausdauersport kraft sport kampf sport geht ihr nur pumpen oder weiß ich nicht geht ihr morgens joggen oder ich kenne halt ein paar leute die gehen halt morgens nur joggen und das ist dann für die genug sport erstmal und das jeden morgen halt ein paar kilometer oder geht ihr so wie ich jetzt okay bei mir ist jetzt halt extrem bisschen im moment okay ich habe ein bisschen nachgelassen ich gehe jetzt viermal die woche nur noch trainieren davor war es sechsmal die woche aber körper braucht ein bisschen ruhe habe ich auch gemerkt weil es hat angefangen gelenkschmerzen zu geben nicht vom falschen ausführen sondern so eine art überreizung kann man sagen deswegen hat der arzt gesagt ich soll mal bisschen halb lang machen vor allem habe ich drei jahre davor keinen sport gemacht und bin jetzt seit fünf monaten oder so nach vier monaten hardcore trainieren echt durchgehend und ja das ist halt sehr anstrengend und auch nicht gut für den körper vor allem weil ich von anfang an schon echt hardcore aufgedreht habe ich bin so jemand wenn irgendwas gemacht wird dann richtig so in etwa dann wird es auch durchgezogen und dann wird es hardcore mäßig durchgezogen weil man will ja auch viel erfolg sehen und so ein bisschen veränderung und ja spürt man auf jeden fall auch nach diesen paar monaten man sieht zwar nicht extremst viel also ich bin jetzt nicht übelster kleiderschrank geworden aber ich für meinen teil fühle mich auf jeden fall wohler bin auch energetischer würde ich sagen also habe mehr energie und bin auch fitter und halte auch länger durch jetzt so mal wenn ich mal eine nacht durch mache oder so auch energiless oder so an sich ja keine ahnung man fühlt sich auf jeden fall besser und mich würde interessieren wie das bei euch ist trainiert ihr wenn ja was und geht es euch dadurch besser oder trinkt ihr viel ja okay das geht dann zu sehr ins private aber für die leute die trainieren trinkt ihr trotzdem noch vielleicht alkohol wenn ihr denn alt genug seid oder auch nicht das ist ja eben selbst überlassen achtet ihr auf eure ernährung also habt ihr nen ernährungsplan oder es ist ja einfach das was gerade auf euch zukommt wo ihr gerade bock drauf habt sowas würde mich auch interessieren also wenn natürlich die fragen sind kein muss das ist einfach nur wenn ihr lust habt wenn euch das egal ist ob das andere wissen dann schreibt es gerne rein mich wird es auf jeden fall interessieren ich bin zum beispiel also ich kann die frage schon mal für mich beantworten also ich habe meinen ernährungsplan ein bisschen geändert neben halt vielmehr weiß zu mir ich habe verzichtet zurzeit auf schweinefleisch das hat auch noch ein paar andere gründe aber so allgemein schweinefleisch ist halt nicht so so nährhaft dass man sagt okay jetzt muss ich schweinefleisch essen es halt viel hühnerfleisch putenfleisch also ist so das gesündeste fleisch finde ich ähm hat auch die besten werte so an sich und schmeckt auch übelst genial also ich kriege von dem zeug einfach nicht genug ich bin halt fleisch fresser und äh ja ich liebe hühnerfleisch ähm was was gibt es noch so ähm lasst mich hin ja ich wie gesagt ich habe jetzt seit zwei monaten oder so nämlich halt regelmäßig äh ich esse viel viel quark übelst viel quark sogar echt extrem also ich brauche fast zwei paletten im monat ähm trinke halt echt nur gesunde sachen mittlerweile ab und zu mal ne cola oder so aber so fast durchgehend apfelsaft oder also mein natur natur trüber apfelsaft übelst lecker ähm so allgemein säfte ace voll viel ich hab wieder aufgehört irgendwie alkoholische getränke auch auf feiern oder so zu trinken vielleicht mal mit einem sektchen anstoßen oder so so weil das machen die alle und die wollen dann dass man auch mit einem sekt anstößt und ist halt scheiße wenn er dann da mit orangensaft sitzt und so so ein schluck sekt schadet nicht ist jetzt nicht so übertrieben als wenn du äh weiß nicht dir jeden tag eine kiste bier reinziehst oder so weißt du ähm so an sich ja ernährung ein bisschen umgestellt wie gesagt äh müsli ich hab sonst immer halt ganz normales weißbrot gegessen was überhaupt keinen nährwert hat ähm auch nicht sättigt oder so jetzt umgestiegen auf äh wie heißt das zeug nicht ähm Paderborna also so dunkles brot auf jeden fall ähm übelst lecker richtig genial ähm Problem ist bei mir nur Laktoseintolli also Laktoseintoleranz also ich muss halt nebenbei noch Zeugs zu mir nehmen damit ich den Scheiß auch irgendwie verarbeiten kann ist jetzt nicht so übertrieben krass blare Kegs musste Schiss vorhaben oder so ähm ist halt es geht also Arzt sagt hält sich in Grenzen ist zwar vorhanden aber hält sich in Grenzen ähm ja hab da wieder so einen kleinen Einblick in so privates ähm wenn es euch nicht interessiert einfach weghört drauf geschissen ähm ja das einzige wo ich echt was ich schade finde ist ähm ja ich hab halt Cappuccino aufgehört so viel zu trinken ich hab früher geschafft äh vier Dosen im Monat platt zu machen also ich hab extremst viel Cappuccino getrunken wirklich hardcore viel äh so wie ich jetzt Apfelsaft trinke habe ich also Apfelsaft ungefähr drei Liter am Tag so circa und äh ja so hab ich Cappuccino getrunken und das ging halt übelst ja ich hab halt viele Dosen ich weiß nicht ob ihr diese Fertigdosen kennt ähm von Aldi gibt's die oder von sonst wo auch ich nenne keine Marken auf jeden Fall ähm bei denen kannst du die auf jeden Fall holen hab ich sie immer geholt ähm übelst lecker das Zeug gewesen es schmeckt auch immer noch ich hin und wieder trinke ich immer noch ne Tasse Cappuccino oder so aber das hat halt nachgelassen und das ist halt so so ne Art Sucht kann man sagen ähm von mir gewesen und äh ja und der Geschmack morgens so von nem leckeren Cappuccino der fehlt schon hin und wieder so das einzige was wo ich nachweine ansonsten nö ähm ja das ist so die einzige krasse Umstellung jetzt würde ich mal sagen ja der Piran erzählt doch sein Leben und der Piran könnte mal wieder was zu trinken gebrauchen wir sind schon 37 das geht doch ordentlich klar ähm 25 waren wir jetzt in 37 12 Level haben wir gemacht und das in guten 43 Minuten ungefähr ich würde sagen 50 Minuten jetzt mit dem ganzen Gequake dazwischen und so ich weiß nicht ob ich jetzt direkt habe ich direkt den Booster eingesetzt habe ich es nicht ich weiß es gar nicht ich habe am Anfang ein bisschen gelabert ja ich weiß ich werde gehauen aber ich muss mir kurz was zu trinken einschicken so jetzt gerade trinke ich äh beim Aufnehmen immer äh irgendwas ähm ungesundes keine Ahnung ist halt so entweder eine Dose Energy oder jetzt gerade Cola Coca-Cola ähm aber an sich versuche ich sehr gesund zu leben ähm ja dann mein Ziel Farbe dieses Jahr irgendwie ein bisschen brauner zu werden hat nicht so ganz noch nicht ganz so hingehauen ähm ich bin schon dunkler geworden als ich äh davor die Jahre war als Kellerkind so aber irgendwie klappt das noch nicht ganz weil die Sonne lässt mich im Moment sehr entsticht äh die letzten paar Tage absolut null Sonne vielleicht morgens mal ein bisschen oder nachmittags mal wirklich eine halbe Stunde Sonne oder so abgeklickt und das war es auch schon ähm sehr enttäuschend trotzdem extrem warmes Wetter extrem geiles Wetter auch an sich ähm kaum Regen äh ja mega gut auf jeden Fall äh das Ziel ist auf jeden Fall dieses Jahr noch boah wie oft ich auf jeden Fall sage ne mein Gott nervig der Pyron wieder der Pyron der dreckiger Arsch der hehehehe Helge Schneider schöne Grüße an André hallo André mhm ja so äh wie sieht wie sehen die Ziele dieses Jahr noch aus ja wie gesagt Gamescom Vlogs ähm so jetzt mal um eine ganz andere Schiene eine ganz andere Thematik zu fahren Gamescom Vlogs ähm dann will ich mein allererstes T-Shirt endlich fertig machen also mein eigenes T-Shirt Sir Pyron Logo drauf für mich alleine weißt du ähm so da hab ich voll Bock drauf so ist schon geil wenn du mit deinem eigenen T-Shirt mit deinem eigenen Logo das du selbst erstellt hast äh so da ähm rumlaufen kannst und so weißt du so ähm ich hab auch ein paar Ideen dazu und äh werde mir auf jeden Fall vielleicht auch mehrere Versionen dafür machen so keine Ahnung hab ich voll Bock drauf im Moment mhm dann ansonsten ja Ziel ist es Digimon auf jeden Fall auf die 4 bis 500 Folgen zu bringen ich hoffe ich schaff das 500 Folgen also Minimum ich möchte gerne 500 Folgen haben von Digimon das wär mal mega geil ja wir haben's schon geschafft Hearthstone ist schon auf über 110 Folgen mittlerweile ich hab glaube ich schon bis zur 120. Folge aufgenommen was ich auch übelst feier ähm